Die Wurzel des Leidens Mit dem Nichtwissen sind die Veranlagungen da. Mit den Veranlagungen ist Bewusstsein da. Mit dem Bewusstsein ist Geistkörperlichkeit da. Mit der Geistkörperlichkeit ist Sechssinn da. Mit dem Sechssinn ist Berührung da. Mit Berührung ist Empfindung da. Mit Empfindung ist Durst da. Mit Durst ist Ergreifen da. Mit Ergreifen ist Persönlichkeit da. Mit Persönlichkeit ist Geburt da. Mit Geburt kommen Altern und Sterben, Kummer, Elend, Leiden, Kram und Verzweiflung zustande. So findet die Entstehung dieser ganzen Leidensmasse statt. Um gorgeous Duft und Ted und Schlepp Die Entstehung der Zahlen Die Entstehung der Vergangenheit ist Москв, mit 34 Vladimir Hecht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017